Das ist entscheidend, Herr Schiff. Was ist das? Wir müssen es behalten. Mach's kaputt, mach's kaputt! Liebe Mama, lieber Papa, wir sind jetzt ein paar Monate in Gravity Falls und es ist viel passiert. Gestern zum Beispiel stand die Schwerkraft auf dem Kopf, hätte fast das Universum vernichtet und hat die gesamte Stadt verwüstet. Millimeterpapier, Endlosrollenspiel aller Zeiten. Dungeons, Dungeons und noch mehr Dun... Komm schon, Giselle, lass los! Oh nein, mein 38-seitiger... Ein unendlichseitiger Würfel. Wow! Oh, oh! Oh, oh! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.